ja willkommen mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Testosteria in der Wasserprüfung hey als Folge sind wir ja schon ein bisschen hier durchgegangen und jetzt noch mal zur rechten Seite gucken ob ich da ein Raum vorbeikomme wo wir ja ich weiter gekommen sind ja mir ist aufgefallen Rose äh was hat äh wir können mal in unserer Woche eine Sitzung im Alltraum heute da mir ist aufgefallen wir haben so eine Hauptquest nicht mehr zur Verfügung wo es um Alicia ging und ich hoffe das bedeutet jetzt natürlich nichts schlechtes weil ja geil weil irgendwie als ich Rosegill gefragt habe was äh was äh wir noch machen können äh hier ist jetzt irgendwie nur ja ich hab doch komm ich nicht durch ne äh wir sind einfach nur ja vieles was ihr macht ist vermeidbar sagt mir jetzt nicht viel sagt mir jetzt nicht viel ja dann sagt mir jetzt nicht viel ja da komme ich auf jeden Fall nicht durch aber ich kann die Statue irgendwie kaputt machen ok, die sind auch Pfeile dran ach, von die kommen die, ok na, dann gehen wir jetzt mal hier nochmal durch Begleitung von Toho Project Musik Es ist ein gewisser freaked was ist, was muss ich sehe jetzt? oh man wohl ja, hier glaube ich nicht durch 3, die halte ich noch nie im Leben aus. 4, da komme ich nie im Leben durch. Also vielleicht da. Wohl, glaube ich nicht. Das war auch schon mal hier. Aber ich dachte, er wäre ein Teleporter. Ich komme hier mal nicht weg. Hey. Ich bin immer dann hier zum Anfang in den Packen, denn ich gebe mir so oft die Nerven. Gehe immer einfach links entlang. Ich kann die Augen irgendwie mal ausstellen. Wäre natürlich am besten. Ich gehe mal ganz nach oben. Ich komme erst mal. Die Musik kommt mir jetzt mal vor. Das ist auch nur ein Remix von irgendeinem anderen Lied, ne? Wie ist unsichtbar? Ja. Also ein unsichtbar gemachter Typ. Elefant. Benjamin. Also ein Raum mit Gegnern und diesen Augen. Ja, auch nicht. Nein, das ist ja das gemeinsame Kalender. Endlich habe ich Mithril bekommen. Daraus werde ich ein Schwert schmieden, das mir die Kraft verleihen wird, die mir immer fehlt. Macht, macht, macht. Mich dürste so sehr danach. Ich kann sie schon anschmecken. Schon schmecken, meine ich. Entschuldigung. Ich nehme dich ja weg. Ich versuche mich zuJa. Ich versuche mich zu ihm. Ich bin mir auf dieser Seite. Oh, Dese nachher! Ich versuche mich zu ihm. Wer ist Angert? Das geht ja in den Eingang, sobald. Bisschen geil dadurch. Aber neue Ketten aus dem Intro, Diesel eingesetzt hat, ne? Da kann ich mal da, ja? Ne. Da muss ich hin und sehr gut. Da sind schon auaugen, ne? Oh, da. Was? Diesmal sieht man am Boden nichts. Boah, hier ist mal jeden teleportieren, ne? Das ist so kacke. Wenn sie besser lösen können, finde ich. Irgendwo muss ich aber noch an den Normen kommen, ne? Wenn wir gar nicht drauf. Hoffentlich können die Augen irgendwann abstellen. Wenn ich fertig bin mit allen, weil das ist richtig nervig. Soll ich einfach durch, danke. Soll ich hier auf die Aura achten. Boah, das ist knapp Und schon weiter laufen Was? Boah, ich dachte, ich hätte noch Boah, ich mag die Prüfung schon nicht Wenn ich einzig leiden kann, dann jedes Mal von einem Ort zum anderen zu rennen Immer und immer wieder, wenn man irgendwie ein Fehler macht Ich kann den Park, schaut Tempel, ja Prüfung, jetzt sage ich schon Tempel, ja wegen Zelda Dabei habe ich noch nie Boah Zelda gespielt Oh ja, da kann ich jetzt gleich raus Nein, ich wollte heilen Was haben wir scheuerthaut Was haben wir scheuerthaut So Weiter Oh mein Gott, das hat die Kacke Das So So Da kriegt er es auch da Da raus hier Ich stelle die Augen irgendwann mal ab Oh ne Jetzt So So Is das Masicht Hältst du die beiden da durch, ne? Felsspatstab, ja super. Ich will aber kein Risiko heilen. So. In solchen Räumen sind Heime, ne? Sowieso quadratisch. Zentrale Ebene. Kommen wir dann zu der Porta oder so. Welchen war ich? Das ist geil, wie diese Fähigkeit bei Monstern funktioniert, ne? Zwei witziges Jahr. Endlich habe ich jetzt vor den 20 Jahren hatte. Unablässige Arbeit sind dieses Schwert geflossen. Mit diesem Schwert kann ich sie niederschlagen. Und die Helion. Es zieht Bosa halt das ganze Chaos. Ja, wer auch. Boah, ehrlich? Hat der nicht ein einziges Mal bedacht, dass das vielleicht Asura war? In dieses Tagebuch gehört? Ähm, Leute? Nichts, okay. Wo komme ich hin? Hallo? Na? Ach, hier komme ich hin. Will ich aber nicht hin. Will ich aber nicht hin. Ich will auch hoch hinaus. Wenn ich einen Fehler mache, kann ich wieder den halben Weg von vorne machen. Da ist ein... Da macht die ganzen Augen aus. Wird mal die Prüfung schaffen, euch. Als Akkunde hier. Und das sieht schon nach dem Ende aus. Er wird... wir haben noch zum normen kommen also war der helion das war der helion so 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 Was? Dann sprechen wir erst mal, obwohl ich brauch gar nicht. Ich kann mich ja hier in teleportieren, direkt. ich hoffe die einen quest mit alicia kommt irgendwann noch erst ein sternchen ein goldenes sternchen also nehme ich mal an die ist jetzt einfach nur kurz weg ich kann sowieso nichts weiter machen ich habe mich kurz in damensee noch umgeschaut in marlind und pendrago sogar da war es unser boss da nehmen wir irgendwas gegen verteidigung er sieht aus es kommt er sehr hart zuschlagen naja ich meine als uhr sie aus genau so war Da stand doch in den Tragebuchern. Oh Gott, 55. Widerstand, Feuer, Wind. Sechs Arme im Auge des beiden ist nicht leicht. Du kannst versuchen, ihn zu beobachten und herausfinden, wann er sich vorhin angebreit macht. Aber so viele Arme können verwirrend sein. So, kann mal jemand Edna holen? Bist du aber schwach gegen, okay. Rose, warum verrätst du in letzter Zeit so oft? Oh, ja. Was? Tschüss, den es war schon mal. Ja, komm her. Du, 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 du. Hat voll viel abgezogen, oder? Ich warte, das Schwert, das Laila hier hat. Wenn ich mir vorstellen, das machen wir auch verpältigt. Oh, sei noch mal getäubt. Ja, ich hab grad R2 gewollt. Das Schwert von Laila, wir wissen schon. Das war schon mal getäubt. Das war schon mal getäubt. Zucker, das war schon mal. Und das war schon mal getäubt. Das war schon mal getäubt. Das ist's für ein Problem. Diese Wille ist hier. Ich bin... Der Flags mehr Tischem ist in einem Moment. Oh, wenn die betäubt sind, zieht das viel mehr ab. Ah, was hat er gelernt? Segenkugel. Was sollte er jetzt mit dem Handschuh? Ach, der Schutz-Seraf hieß so. Protektor-Seraf? Was? Wer war das? War einfach ein Mystic-Athlet so gelernt? Oder was? Ähm... Titel hochgestuft, glaub ich. Azurvora? Glaub ich. Bin ich mir natürlich nicht sicher jetzt. Da werden jetzt was gelernt überhaupt. Leila, genau. Proton-Explosion, Proton-Burst, ne? Also ich kann mir jetzt noch ein paar Sachen lernen. Im Gegensatz zu ein paar anderen Leuten. Ja, hallo. Bitteschön. Und wir standen jetzt da. Was hat der Protektor-Seraf? Das heißt, was mit diesem? Also eine schwarze Jacke gesehen. Problem. Problem ist, hier läuft noch irgendwo ein Norman rum. Ich muss ihn noch haben. Das ist der Hauptherrscher. Ja. Jetzt macht er sich umsonst Sorgen schon wieder. Was? Ja. Ich wollte sowieso lernen. Was geht ab? Ich wollte ja etwas sagen, was mitzukommen. Ich glaube, dass hätte das nicht alles umsonst. Ich habe es mit mir drage, räumlich. Ich werde dich nicht abholen. Ja. Unternehmen sind vielleicht ein Schwarz-All-Masch. Ich schwere mich nicht. Ich schlug auf dem vectorigen'rend. Ich weiß, dass er irgendetwas für Ashrer nicht als ein Formel. Ich weiß, was ich nicht! Können haben ihn verbreitet? Aber ich habe mich mit Leila. Was kann ich? Allgemeine. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur gesehen. Ich bin der Mislil von Mislil. Ich habe wirklich Kraft für die Welt zu verletmen. Sie haben also Mislil von Mislil. Genau. Ich bin der Mislil von Mislil. Er war wirklich einfach nur für mich. Ah, ich sehe schon. Wir nehmen es nicht an, ne? Ja, sag ich doch. Oh, die eine. Ja, genau. Hjohma? Ich habe noch nie gesagt, dass ich mich nicht entschuldigt habe. Ich habe schon gesehen. Was haben Sie das? Es ist alles, was ich wünschen. Warum ist das? Ich möchte es sagen. Warum ist das mit Ashram? Ich glaube, das ist ein Problem, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl, dass ich das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Ich will nicht mehr, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl, der des Künstler des Künstler. Du hast nur eine solche Sache, aber... Wenn du diese Dinge wissen, würde ich nicht... Du bist, oder? Du hast du benutzt, Alice. Was soll ich jetzt hier sein, um die Welt zu schlafen? Ich werde euch nicht so auf ein Kampf sein, aber ich werde es nicht so aufzählen. Aber ich werde es nicht so aufzählen. Aber ich werde es nicht so aufpassen. Aber ich werde es nicht so aufhalten, dass ich mich nicht so aufpassen. Ich werde es nicht so aufpassen. Wenn ich die Halt und die Halt und die Läute... Oh Mann! Oh Mann! Mikulio-san, Surei-san... Das ist vielleicht das von Alicia. Ich möchte nur mit einem anderen. Aber ich würde mich nicht mehr überlegen. Ich würde mich nicht mehr überlegen. Oh Mann! Mikulio-san, Surei-san... Ja... Es kann man so... Es war ehrlich, immer noch. Ich will auch den Normen in der Frühe finden. Dann gehen wir erstmal zum Speichelpunkt. Obwohl ich gehe auf Screen zum Speichelpunkt, würde ich sagen. Ich habe irgendwie Angst, den Ort zu verlassen. Sollen wir den nächsten schreien? Ich will Alicia besuchen. Aber das hängt irgendwie mit Dings zusammen. Aber dann werde ich mal zum Speichelpunkt gehen. Speichern, auf Screen. Und gucken, ob ich den Weg zum Norman finde. Oder irgendeinen Weg finde, wo der sein könnte. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich bedanke mich alle jetzt für Zuschauer. Und auch Nusaia. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.